Fußball England 23.10.2010 Selmkenzi Selmkenzi Autor de Selmkenzi Prognose für den Spieltag am 23.10.2010 England Premier League Die Prognose für den kommenden Spieltag Selmkenzi eingetragene Marke Selvava eingetragene Marke Bating Trader eingetragene Marke Selmkenzi eingetragene Marke 1. FC Arsenal 1-Sieg als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 2. Aston Villa 0-Unentschieden als Endresultat, und als Halbzeitresultat 1-Sieg 3. Birmingham City 0-Unentschieden als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 4. Blackburn Rovers 0-Unentschieden als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 5. FC Blackpool 2-Niederlage als Endresultat, und als Halbzeitresultat 2-Niederlage 6. Bolton Wanderers 0-Unentschieden als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 7. FC Keelzi 1-Sieg als Endresultat, und als Halbzeitresultat 1-Sieg 8. FC Everton 0-Unentschieden als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 9. FC Fullham 0-Unentschieden als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 10. FC Liverpool 2-Niederlage als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 11. Manchester City 1-Sieg als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 12. Manches der United 0-Unentschieden als Endresultat, und als Halbzeitresultat 1-Sieg 13. Nukes United 2-Niederlage als Endresultat, und als Halbzeitresultat 2-Niederlage 14. Stoker City 2-Niederlage als Endresultat, und als Halbzeitresultat 2-Niederlage 15. AFC Sunderland 0-Unentschieden als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 16. Tottenham Hatspur 0-Unentschieden als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 17. West Bromwich Albion 0-Unentschieden als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 18. West Ham United 2-Niederlage als Endresultat, und als Halbzeitresultat 2-Niederlage 19. Vegan Athletic 0-Unentschieden als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0-Unentschieden 20. Wohlfahrhampton Wanderers 2-Niederlage als Endresultat, und als Halbzeitresultat 1-Sieg 20. Wohlfahrhampton Wanderers 2-Niederlage als Endresultat, und als Halbzeitresultat 0-Sieg Untertitelung des ZDF, 2020